Hallo Youtube Moin Da sind wir wieder auf der Melo Ja, wir wollten Mischfutter machen Wird schonmal hier ein bisschen Heu rausholen Nee, um Gottes Willen, keine 6 2 Und Na, wo ist er? Stroh und Silage haben wir da hinten noch liegen Ja 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 Da Und die Pedale machen sich hier gerade selbstständig. Den noch und dann erstmal wieder ein bisschen Milch dazu. Und dann stellen wir erstmal hier mit rein. Ja, irgendwie machen sich meine Pedale hier gerade selbstständig. Ja. 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 Und jetzt wieder was essen wir haben, dann gucken wir noch mal nach der Schweine rein, was sie schwein nicht sagen. So, schwein. So, schweinchen dick, was sagt schweinchen dick? Zuckerrüben. Habe ich noch Zuckerrüben? Eigentlich müssten wir noch welche haben. Oh ja, lang und schmutzig. Ehm. 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 Weizen noch. Den können wir rauskippen. Ja, irgendwie ist bei meiner Pedalerie gerade der hoch. Ich weiß nicht warum, aber... Vielleicht kriegt er sich ja noch wieder rein. Irgendwie fahren meine Träger von alleine weiter, oder? So, seht ihr? Ich habe nichts gemacht. Aber er will von alleine. Ich glaube, ich muss da rein, ne? Na komm, mal rückwärts. So, dann haben wir die auch schon mal da drinnen verteilt. Na komm schon, ne? Ich glaube, ich muss mal meine... ...Pedale aufschrauben, dass ich da... ...guck mal, ob da sie irgendwas drinnen verklemmt hat, oder irgendwas. So ist auf jeden Fall nicht schuhe. Also jetzt mache ich nichts, ne? Also fährt jetzt... ...ganz von alleine hier irgendwie spazieren. Da geht's mal wieder. Da geht's mal wieder. Ähm... Was wollte ich jetzt noch? Wir haben das und das. Dann können wir nur mal in die Party... ...wenn wir den da rein kriegen. ...unds Stück noch. So. Ähm... ...wenn wir den da rein kriegen. Soja müssen wir erst noch ernten. Da haben wir nicht mehr viel. So. Kühl. Sind erstmal glücklich. Wo ist denn der Milchpreis gerade? Können wir ja vielleicht eventuell noch ein bisschen Milch loswerden. Hm. Der wäre ja gar nicht so schlecht. Getreidemühle. Seht ihr was ich meine? Wenn ich jetzt rauszoomen will, der geht sofort wieder rein. Der macht was er will hier. Hm. Haben wir denn... Habe ich überhaupt einen Fass wo ich Milch mitfahren kann? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Also... IT-Haltung. Da kann ich Milch mitfahren. Wasser. 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 Milch. Ähm. Glyvers. Ist noch irgendwas drin? Musifas. Hm. 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 Das mieten wir uns einfach mal. Hm. Dann können wir ihn ja doch wieder rausholen. Wir fangen mal schnell zum Schraub, nehmen das Fass ab und dann können wir unsere Milch schnell mal wegbringen. Hm. 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 Vielen Dank. Und dann muss ich halt mal gucken, dass ich zur nächsten Folge das wieder so habe, wie ich das gerne hätte. Vielleicht nur die Tastatur erstmal. Und dann muss ich das Tor aufmachen. Das nicht. Das ist ein Highlord. Das ist ein Highlord. Das ist ein Highlord. Das ist ein Highlord. Das müsste doch da gewesen sein. Und hier ist Gülle. Das müsste ja eigentlich nur nicht hier sein. Jetzt bin ich verwirrt. Und das fast konnte er aber doch. Den können wir mal zurückgeben. Den können wir erstmal zurückgeben. Das kostet alle nur Geld. Welch soll er eigentlich können? Probieren wir mal das originale Fass aus. Ob das vielleicht besser geht. Und so. 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 Ansonsten muss ich mal ein bisschen weiter probieren. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und ich muss mal auch nehmen. Was ist denn uns? Bei dem auf Vielen Dank. Vielen Dank. Wir fahren jetzt, versuchen wir mal da rückwärts reinzukommen. Trotz Pedale, die nicht funktionieren. Wir fahren jetzt gerade nicht so meine Stärke. Ja, aber da blüht man hier jetzt nicht immer wieder ausfahren. Das rückwärts. Dann wäre es einfach. Ich bin mir später... Ich hab's doch gar nicht. Nee, da muss ich dann wohl nochmal gucken, warum das nicht funktioniert. Und das hier ist ja der Wassertank. Oder ist das der Milchtank? Fangen wir da vorne nochmal hin? Aber ich bin der Meinung, das ist der Wassertank. Dann hätte er mir da eben auch schon irgendwie mal was angezeigt. Ich bin der Wassertank. 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 ist ja auch nirgendsowas da geht die mich rein also wird das wohl tja ich werde versuchen das herauszufinden oder ihr wenn ihr mir da einen tipp geben könnt wo das sein könnte denn schießt raus damit schreibt mir das gerne in die kommentare aber erstmal sind wir dann am ende angekommen auch wenn wir jetzt da die ganze zeit verbracht haben versucht haben den anhänger da rein zu fahren so wenn es euch gefallen hat das like nicht vergessen wenn ihr gerne mehr sehen wollt gerne ein abo da lassen die locke aktivieren und dann sage ich erstmal vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal